Desiree, du hast ja nichts gekriegt. Wer nichts kriegt, kann auch in nichts investieren, ne? Ja, siehst du, gleich keine Brüste. Du warst die Einzige, die von den anderen keine Kohle gekriegt hat, ne? Obwohl sie ja große Töne gespuckt haben. Ist aktuell noch der Stand so, bis auf zwei Leute. Die haben mir heute das Geld in Bar gegeben. Ja, wird sich jetzt zeigen, wer sein Wort hält und wer nicht. Heute in Bar? Ja, wie eine Stripperin. Wie eine Stripperin. Wer hat dir Geld gegeben und wer schuldet dir noch was? Nino und Max. Antonino und Max, die haben dir das Geld gegeben. Und der Rest nicht? Keine Penunze. Mein Versprochen ist ja versprochen, also. Ich stelle keine Ansprüche an jemanden. Ich bin gespannt, wer sein Wort hält und wer nicht. Deswegen bei ein paar Leuten kann ich mir schon denken, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn, interessiert die dann nicht mehr. Bei ein paar bin ich noch zuversichtlich. Keine Penunze Icharbe